So, jetzt haben wir Phil und Zetrox gegen Nathan und Utec. Ja, es geht los. Hier ist einer Samus. Ist die Samus vielleicht lang? Ja, oder doch? Ja, boah. Es gibt's nicht zu lösen. Oh nein. Und Zetrox. Bittung für Ops wegfahren. Oh, kommt Zolt. Ja, schöner Ad-Shook von Utec. Das ist mir noch kurz mal von Samus. Und Zolt. Und Zolt. Nein, doch. Oh, Zolt. Oh, Zolt von Till. Jetzt bekommst du auch meine Schmerz in die Stirn. Oh, nice. Sehr. Ja, das ist schon ein bisschen zu lösen. Ja, das ist schon ein bisschen zu lösen. Das ist auch schon ein bisschen zu lösen. Ja, das ist ja geil. Ach, eigentlich nicht mehr. Ja, das stimmt. Ach, ich habe ja auch ein Problem. Ich nehme meine Re Gnäreläge. Ich bin doch sehr vereinfacht. Ich bin ja auch nicht so... Ich bin ja nicht so gut. Ja, das ist ja gut. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh, nein. Nate mit seinem Fortsmash. Und, oh, wo ist Nate? Oh, Nate! NEEE! Oh, Tipper! Der erste Fortsmash-Typer. Oh, das ist weiter von mir. Soll ich jetzt aufpassen, nicht? Oh, das können wir noch jetzt bedrohen. Oh, nice. Oh, nice. Der Schütte-Set. Oh, nice. Oh, das ist D9. Oh, okay. NEEE! Du sagst D9. Du! Das sieht sehr gut aus. Ja. Sieht ziemlich gut aus für das gute Team. Ich will das auch jetzt nicht mehr so... Ich sitz bloß aufpassen nicht. Oh! Das tue ich noch nicht. Oh! Das habe ich auch erwartet. Das ging jetzt sehr schnell. Ich würde jetzt den Valko zuerst nehmen. Und dann ging's dann so, oder so. Chain-Grabble. Äh... Nein, nein. Das ging jetzt sehr schnell. Ich würde jetzt den Valko zuerst nehmen. Und dann ging's dann so, oder so. Chain-Grabble. Äh... Nein, nein. Vergültig. Oh! 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 Go, Zach! Alles geplant. Oh! Gegenteil! Oh! 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 Man kann das Rote zünder... Moment, ganz spannend. Rote kann jetzt noch... Oh, oh, kann jetzt noch... ...zudringen, aber... Warte, echt. Neee! So, gutes Match. Aber auf jeden Fall das erste Rattel... ...zudrige Video... ...zudrige Video... ...zudrige Video... Wissen Sie, wie du erstmalst hörst, wenn du nach vorne leist? Ja, ich finde, das schneller wäre, als die der... Ja, ich finde, das richtig... Oh... Jetzt geschieht man... ...zudrige Situation... ...zudrige Situation... ...ja... ...mh... ...mh... ...ja... ...ja... ...zudrige... ...zudrige Video... ...zudrige Video... ...ähm... ...sindrige Video... ...und... ...ich jetzt gleich versuchen... ...gleich viel zu nehmen... ...warte... ...hann... ...de zwei... ...ochen viel... ...warte... ...ok... ...stelle... ... şey... ...farte... ...ah... ...i... ...uigi war... ...ja... ...ja, der ist noch... ...Ups! ... ...echt traurig, wie die alle versuchen, Baker nachzuhaben... ...ah, mein Gott... Moment ja, wir können hier mit dem Spiel. Go, go, go! Lass uns jetzt mal nehmen wir. Ich hab das Hext. Ja, das ist die Spiel. Nehmen wir das Spiel. Oh, das ist die Spiel. So, zweites Match. Aber man hat keiner gewechselt, ja. Und dann... Oh, fast ein... ...Ging. Oh, ich mag das auf Stage gehauen. Ganz völlig jetzt. Oh, ich hab's noch auf Stage. Oh, und Self-Kill. Oh, und Self-Kill. Hoppla. Noch ein Self-Kill. Ja. Die Technik-Piers, Mann. Ich bin nicht der Erzige hier. Oh, go! Hoppla. Oh, Scheiß. Oh, noch ein Self-Kill. Ich glaube, auch. Okay. Diese Teams-Match sind ja alle toller Self-Kill. Ja. Ich war ja eigentlich kein Team-Spiel. Ja. Und da kommt Mr. McHill. Oh, Mr. Saturn. Da steht's grauen, der Arme. Nice. Und, oh, Scheiße. Oh, nein, kein Gimp. Doch, aber... Wird jetzt hier nochmal ein Beginn? Aber manche hat doch wirklich... Oh, Gott. Ein sehr komfuses Match. Whatever. Endlich mal der erste richtige Kill. Ich dachte, dass das drei Minuten war. Oh, das ist mein... Achter. Ich hab mir auch noch versucht zu spacen. Meinst du? Da... Ich dachte, es hat keine Gimp. Ich hab mir gedacht, die Gimp. Wir haben ja noch einen Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf-Taf. Oh, das ist ein Schatz. Ich hab's jetzt hier verlehrt, denn wir hätten immer wieder gewonnen. Man kann immer noch sagen, dass wir gewonnen haben. Nein. Was ist das für... Das ist Kölzeln hier vorne, und die Ziele kommt jetzt mal an, die ich von den Kabinen drücken. Ja, man ist zu... mehr, zu spielen. Wer gehört dann? Jetzt liegt die Ziele in der Zwischenzeit, und die Spieler kann nicht nach gewinnen. Oh, nice. Ein bisschen abgefangen. Ja, wenn sie nur gewonnen. Also, wenn sie nur gewonnen. und in der heutigen mit dem auch noch mit dem nur die Brüderung und die Brüderung von Marlton damit und und Nice. Nice. What it? Oh, und? Downer. Ich glaube, das war's. Nein. Oh, hab ich gerade verkackt. Und? 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 What it? Und? Downer. Nice. So losimiert, oder? Ja, eigentlich. The best team aller Zeiten. The best team aller Zeiten. So. Regaliert.